Moin, herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Folge Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch Vierfach-Map Version 2.0 ohne Gräben. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind auf der 2.0 angekommen. Dritte Folge schon auf der 2.0. Erste Aufnahmesession nach meinem Urlaub. Und ja, wir haben Mittwoch um 10 Uhr und ihr seid dabei. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, was machen wir? Wir sind fertig mit der Aussaat geworden in der letzten Folge gestern und kümmere mich jetzt mal ein bisschen um die Produktion. Achso, eine Sache kann ich gleich noch eben machen. Ich kann erst mal hier rüber springen. Und dann nehmen wir mal zu, was wir uns hier alles so hinkriegen. Ja, das neue Palettenlager ist ja jetzt fertig. Das muss ich mir nachher erst mal angucken. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, ich habe das nur so ein bisschen im Hype im Video von Trade Action mitbekommen. Aber selber so richtig reingeguckt habe ich da noch gar nicht. Muss ich mir noch mal machen. Hat sich wohl einiges geändert. Also, ne? Beim Palettenlager sowieso. Dann haben wir jetzt auch das Ballenlager im Kuhstall. Allerdings das ist für Quaderballen. Ja, und was ist hier? Haben wir hier irgendwas Besonderes? War hier nicht auch irgendwas gekommen? Lagermäßig? Ich weiß es nicht. Wie ist es? Nee, wie ist es nicht. Wir bringen auf jeden Fall hier jetzt erstmal ein bisschen Zeug hin. Ah, blöd, wenn man nicht fahren kann. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall als nächstes erstmal Gülle, um wieder Dünger zu produzieren. Wir fahren jetzt aber erstmal zurück. So, meine Radnader hat durchdrehende Reifen. Da kümmere ich mich dann gleich mal drum. Ich brauche mal viel zu selten hier aus der Innenansicht fahren eigentlich. Ich muss auch unbedingt wieder das Head Tracking aktivieren. Das ist dann doch schon cool. Gerade wenn man so in der Innenansicht fahren will. Ich greife nochmal das Thema Multiplayer auf. Ich lasse meinen Unmut über die Hopfach jetzt nicht aus. Nein, das war ja auch kein Unmut. Wir haben uns eben nur dazu entschieden, dass wir erstmal nicht weiter auf der Hopfach spielen. Aufgrund der Probleme, die wir damit haben. Map ist super geil. Also tolle Landschaft. Ganz, ganz toll. Ganz viele Details. Ganz liebevoll gemacht. Ohne Frage. Tolle Funktionen drin. Aber sie lief bei uns nicht vernünftig. Wir hatten mehr Ärger als alles andere. Also mehr Ärger, als wir Spaß dran hatten. Daher neue Map. Unten in der Videobeschreibung ein Link zum Abstimmen. Läuft noch bis morgen Abend. Donnerstag, 20 Uhr. Also 26.07.2018. 20 Uhr. Da könnt ihr noch schön drüber abstimmen. Welche Map ihr denn meint, dass wir die spielen sollen? Ob wir die denn auch wirklich danachher spielen? Das ist eine andere Frage. Es ist also nicht so, dass eure Entscheidung jetzt alleine bestimmt, welche Map wir in Zukunft spielen. Es ist vielmehr so, das habe ich auch in den anderen beiden Folgen jetzt schon erwähnt, dass ihr genauso eine Stimme habt, wie die Mitglieder bei mir aus dem Multiplayer-Team. Wobei es natürlich nicht so ist, dass wenn jetzt hier 1000 Leute, also wir werden nicht abstimmen. Aber wenn jetzt 100 Stimmen für eine Map sind, die von euch kommen, heißt das nicht, dass wir die spielen, weil wir im Multiplayer ja nur irgendwie 10 oder 12 Leute sind, sondern es heißt vielmehr, dass dann, also die Map, die hier bei euch gewinnt, die die meisten Stimmen hat, die kriegt zwei Punkte. Das ist so wie eine Erststimme. Ich habe bei meinem Multiplayer-Team gibt es Erststimmen und Zweitstimmen. Erststimme hat zwei Punkte, Zweitstimme hat einen Punkt. und die Map, die die meisten Punkte von euch kriegt, die fließt dann mit zwei Punkten in unsere Abstimmungsrunde mit rein und die Map, die zwei, also am zweitmeisten Punkte kriegt, die fließt mit einer Stimme bei uns mit rein. und, sodass ihr zusammen, also im Endeffekt, so viele Stimmen habt, als wärt ihr vollwertige, also, als wärt ihr ein Mitglied aus unserem Multiplayer-Stream. Weil wir wollen natürlich eine Map spielen, die euch interessiert, aber wir wollen auch gleichzeitig natürlich eine Map spielen, wo wir Bock drauf haben und wollen uns deshalb nicht von euch jetzt vorschreiben lassen, mehr oder weniger, worauf wir spielen, weil wir machen das ja aus Spaß. Uns freut das, wenn ihr zuschaut und wenn ihr da auch Spaß dran habt, dann ist das natürlich super, aber wir spielen, weil wir da Bock drauf haben. Daher spielen ja eben viele von uns auch, während gar keine Streams sind oder so, sondern die Map läuft dann ja immer und, ja, das werden wir uns dann mal angucken, wie das dann ist und auf welcher Map wir denn spielen. Es sind 15 Maps zur Auswahl. Wir wissen auch noch nicht, ob wir da Multiplayer spielen oder nicht oder alle zusammen oder wir wissen auch noch nicht, ob wir mit oder ohne Seasons dann spielen. Das, ja, entscheiden wir dann alles. Sehr schön. Das passt doch, das ist doch toll. So, Schweine müssen wir versorgen. Schweine brauchen alles. und dann machen wir mal. Dann kümmern wir uns mal erst mal um die Schweine. Ach, halt. Und um uns um die Schweine zu kümmern, brauchen wir natürlich auch irgendwie einen Anhänger. Das ist ja sonst doof. Also, schwierig. Was ist das sonst? Was wohl so? Oh. So. Auf geht's. Erstmal Schweinefutter holen. Müssten wir noch haben. Hoffe ich. Ich weiß nicht, ob wir noch was im Silo haben. Nicht? Boah. Der Wattler, der geht mir mal auf den Sack. Wenn ich das so sage. Ja, da ist ja noch Schweinefutter drin. Achso. Klar. Dann zum Axtum. Sollte man natürlich auch mal einschalten. Speichern kann man auch zu den Drehungen. Das dauert aber jetzt lange mit dem Speichern. Ah, aber doch recht viele Schweine hier. Wie viele Schweine haben wir denn insgesamt? Eine. 495 Schweine. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Ups. Das läuft alles hoch. Super. Das ist doch toll. Das war ja jetzt nicht gerade viel, was da hochgelaufen ist. Naja, bei 500 Schweinen ist das natürlich auch so eine Sache. Das ist nicht viel. Dann hoffen wir mal, dass hier noch was ist. Das ist ja jetzt kein Beinbruch. Das ist ja jetzt ein Beinbruch. Das ist ja ganz gut. Also sehen Sie, das ist ja noch ein Beinbruch. Das ist ja dann auch die Schmerzen. Das ist ja auch ein disbeginal. Das ist ja auch ein Beinbruch. Dann müssen wir jetzt erstmal dafür zusehen, dass die Schweinefutterproduktion wieder in den Gang kommt. Was fehlt da zu allererst? Wovon ist nichts mehr da? Ab Sonnenblumensoja. Na, wenn ich davon mal noch was hab. Gucken wir mal, was wir davon noch finden. Boah, der kann da durchdrehen dabei. Ab Sonnenblumen oder so, ja. Dann hauen wir da Sonnenblumen rein. Wieso fährt denn der so ne Scheiße? Was kommen denn da noch? Ja. 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 Da sind wir. und bringen das Ganze jetzt mal dem mal zu, dass hier Schweinefutter produziert wird. Oh, das kostet nur ein. Erdfrüchte hat er noch recht viele, da kann ich aber noch so ne Ladung, hab schon hier Getreide Erdfrüchte So, weiter geht's Schön voll machen Wow, Entschuldigung Etwas müde, nicht? Leute, wir neigen uns dem Ende So ist das im Showgeschäft Wenn's euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo Dann denkt dran, heute Nachmittag, 14 Uhr, gibt's noch ne Folge Morgen gibt's auch zwei Freitag nur eine, dafür Freitag Livestream auf der neuen Oder auf einer anderen Map Nicht mehr auf der Hauptfahrt Mal gucken, wofür wir uns entscheiden Wofür euch, wofür ihr euch entscheidet Wir gucken, guckt unten in der Videobeschreibung Da gibt's einen Link Und in diesem Sinn Sag ich jetzt erstmal Ciao 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 Ciao